Guten Abend, liebe Zuschauer, willkommen im Kölner Stadion. 59.000 Zuschauer füllen dieses Stadion fast bis auf den letzten Platz. Der veranstaltende Klub, der 1. FC Köln, hat 3.000 Karten nicht verkauft, um jedem eine optimale Sicht zu geben. Etwa 10.000 der 59.000 dürften Italiener sein. Ich weiß nicht, ob der Scherzbold recht hat, der sagt, heute Abend gibt es in ganz Köln keine Pizza mehr zu essen. Wie dem auch sei, eine prächtige Stimmung zu Frühlingsanfang bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Das sind die äußeren Bedingungen. Dazu ein Rasen, der sich unter den gegebenen Witterungsverhältnissen in vorzüglichem Zustand präsentiert. Gestern hat Inter Mailand hier anderthalb Stunden trainieren können und man hat dem Rasen eigentlich so gut wie nichts angemerkt. Ich kann Ihnen sagen, dass alle Asse auf beiden Seiten mit dabei sind. Sie werden jetzt feststellen, dass das so ist, wenn wir Ihnen die Mannschaftsaufstellungen zeigen. Beim 1. FC Köln also alle die, die vorher verletzt waren, dabei. Kapitän Klaus Alofs ebenso wie Stefan Engels und Hans-Peter Lenhoff. Die Mannschaft also, die sich vor 14 Tagen im Hinspiel so großartig schlug. Und die großen Hoffnungen der Kölner ruhen natürlich auf Pierre Litbarski mit der Nummer 7. Er, der ja in der Bundesliga noch gesperrt ist, darf hier im UEFA-Pokal Viertelfinalrückspiel mit dabei sein. Und ihm gilt natürlich auch ein besonderer Gruß der Fans in Rot-Weiß. Das sind die Vereinsfarben des 1. FC Köln. Auf der Ehrentribüne auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der ebenfalls hier mit herzlichem Applaus begrüßt wurde. Links neben ihm der Präsident des 1. FC Köln, Peter Weyandt, der sich über eine Rieseneinnahme von brutto 1,7 Millionen Mark freuen darf. Die höchste in der Geschichte des 1. FC Köln. Die italienische Aufstellung Inter Mailand mit Walter Zenga im Tor. Das war und ist vielleicht sogar noch das einzige Fragezeichen bei Inter, dem zwölfmaligen italienischen Meister. Brady, Liam Brady mit der Nummer 10. Der irische Nationalspieler, der Spielmacher von Inter Mailand ebenfalls mit dabei. Und Causio, von dem man ursprünglich annahm, er würde erst die Ersatzbank drücken müssen, spielt von Anfang an. Causio, der 36-Jährige, der im Hinspiel das 1 zu 0 erzielte. Karl-Heinz Rummenigge mit der Nummer 11. Sie haben ihn gelesen und wissen dann, dass seine Schienbeinverletzung ebenfalls so weit behoben ist. Hier haben wir ihn, dass seinem Einsatz nichts im Wege stand. Gestern hat er anderthalb Stunden voll trainiert. Und es gab eigentlich überhaupt keine Probleme für den Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Inter Mailand also traditionell in Blau und Schwarz und der 1. FC Köln ganz in Weiß. Angeführt beide Mannschaften vom belgischen Schiedsrichter Alex Poney aus Brüssel. Übrigens ein früherer Fußballprofi von Anderlecht. Hier haben wir ihn. Links Altobelli, der Sturmführer der Mailänder. Rechts Klaus Alofs, also die Torjäger, gleichzeitig auch Kapitäne. Hüben wie drüben. Alessandro Altobelli hat in der Lega Nationale in dieser Saison schon 10 Treffer erzielt. Klaus Alofs, daran erinnern Sie sich sicherlich, liegt in der Bundesliga-Torjägerliste an zweiter Stelle mit 15 Toren. Das unparteiischen Team aus Belgien, gerade Alex Poney genießt bei den Kölnern einen guten Ruf, nachdem er im September 1982 in einer sehr hitzigen Atmosphäre das Wiederholungsspiel bei AEK Athen für die Kölner sehr ordentlich über die Bühne brachte. Nicht zuletzt deswegen gewannen die Kölner dann auch mit 1 zu 0. Das ist Walter Zenger, er ist es tatsächlich. Bis zuletzt hatten wir Zweifel, denn er hat eine starke Leistenzerrung noch mit ihr hergebracht, aber auch sie scheint soweit behoben. Der 1. FC Köln hat Mittellanstoß. Uwe Bein am Ball, neben ihm Litbarski. Das Spiel läuft. Uwe Bein am Ball, neben ihm Litbarski. Das Spiel läuft. Freistoß für Inter. Liam Brady. Steiner. Und Bein. Und Bein. Engels. Geils. Stefan Engels. Mit seinem schwächeren rechten Fuß. Kolovati. Und Baresi. Gegen Hartwig. Rummenigge von Prestin bewacht, wie schon im Hinspiel und wie etliche Male in der Bundesliga. Das ist Prestin. Ja, zunächst hat Alofs seinen Bewacher weggedrückt. Insofern ist die Entscheidung richtig, obwohl im Anschluss daran dann Kolovati auch ein bisschen gehakelt hat. Hier wird wird es um Standards von TCay재 Federer veryitty. Das fälltarter. Vers ne representative desem siege. Das fällt décombinas. Nun, übernce werden sie boobs glaubten wir uns so nicht möchte an. Die Entscheidung riest. Zurufe die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Und das kommt ein bisschen nachdem entfernt. Nachdem Sie motorcycle, deinem Schwab, damit te oxygen Fußざ bo rockets mal sagen. Das sind die Frage sehr, sehr toll. Das fällt dollarizar. Ferry, Causio und Kölns Libero Steiner. Der Gommi, der Libero. Der Gommi, der Gommi, der Gommi. Der Gommi, der Gommi, der Gommi. 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 Und wieder Bein. Der Gommi, der Gommi. Der Gommi, der Gommi. Steiner. Hönerbach. Hönerbach, der Kölner Vorstopper, der gegen Altobelli spielen soll. Mit Händen und Füßen. Und der Gommi, der Gommi, der Gommi, der Gommi, der Gommi. Der Gommi, der Gommi. Der Gommi, der Gommi. Da werden natürlich Erinnerungen wach an große Schlachten, gerade zwischen Inter Mailand und deutschen Klubs. Ich erinnere Sie an das Jahr 1971. Hier sehen Sie nochmal die Szene. Kommentarüberflüssig, Spiel läuft weiter. Engels. Und Kopfball von Uwe Bein. Der Bein, der in den letzten Meisterschaftsspielen so lethargisch wirkte, hat hier in den ersten Minuten dieses Spiels eigentlich sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht. Das ist Trainer Ilario Castanier. Er ist natürlich jetzt sauer auf Harry. Hier mag sein taktisches Konzept jetzt natürlich in Frage gestellt sein. Ich will in diesem Moment gar nicht groß an die Binsenweisheit im Fußball erinnern, dass es manchmal unangenehmer ist, gegen zehn Mann zu spielen als gegen elf. Die taktische Aufgabe des 1. FC Köln ist ja klar. Nach dem 1 zu 0 von Mailand im Hinspiel benötigen die Kölner zwei Tore oder einen Zweitore-Vorsprung, um sich für das Halbfinale im UEFA-Pokal zu qualifizieren. Das war eine gleiche Aufgabe des Kölners. Das war eine gleiche Aufgabe des Kölnerskens. Das hat die Kölner im Hinspiel. So eine gleiche Aufgabe des Kölnerskens. Freistoß für Liam Brady. Innen lauert Alto Belli und Rummenigge. Rummenigge. Kein Abseits. Oh, 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 oh. Da hat der gute Geiz ganz schön gedrückt. Kölns Trainer Hannes Löhr. Und bei den Italienern gibt es den ersten Wechsel. Kausio, der 36-Jährige, der Schütze des 1 zu 0 im Hinspiel, muss sicherlich jetzt aus taktischen Gründen gehen. Denn Kastanier braucht jetzt einen Abwehrspieler mehr. Und da kann man sich vorstellen, was das für den 1. FC Köln bedeutet. Bini kommt hinein. Das ist ein gelernter Libero, der Vorgänger von Bergomi. Hier geht Kausio, der Mann, der im Hinspiel Toni Schumacher, den Sie hier sehen, allein schlug zum 1 zu 0 Erfolg für Inter Mailand. Geilts. Brady Da haben sie Beanie zum ersten Mal am Ball Schön gemacht von Lenoff Geils Er hat Probleme, der frühere Bielefelder Freistoß für Inter Und noch einmal Klaus Allox gegen Kolovaty Ja, ich vermute, dass jetzt Kolovaty gegen Allox Und Bergomi gegen Litbarski spielt Während Vini Jansein Die Rolle des letzten Mannes Bei Inter Mailand übernimmt Und Sie sehen, wie er sie versteht Alto Belli Steiner Dominicke bleibt verletzt liegen Sie erinnern sich, dass er am vergangenen Sonntag im Lokalderby gegen den AC Milano Gegen einen Bruder seines Klubkameraden Giuseppe Baresi Gegen Franco Baresi Spielte und der ihm mit einem Tritt eine 9 cm lange Wunde am Schienbein verpasste Die genäht werden musste Rummeniges Einsatz war ja bis gestern fraglich Erst nach dem Trainingstest sagte er, es geht Möglicherweise hat es ihn genau da wieder erwischt Ja, jetzt sind gut 15 Minuten vorbei Schon 16 Minuten Da ist eine Menge passiert Auch wenn es noch 0 zu 0 steht, meine Damen und Herren In der 5. Minute rettet Kolovaty auf der Linie In der 9. Minute der Platzverweis für Ferry In der 10. Minute die 2. Chance für die Kölner Beim Kopfball von Uwe Bein Alto Belli Freistoß Das war bei uns gar nicht zu hören Der Pfiff von Schiedsrichter Poney Torentfernung 2,23 Meter Brady ist ein gefürchteter Freistoßschütze Von Karl-Heinz Rummenigge wissen wir das Die beiden stehen am Ball Tor! Das war Giompero Marini Der 34-Jährige Er erzielt das 1 zu 0 für Inter In der 18. Spielminute Hier sehen wir es nochmal Ganz kurz die Abwehrmauer ausgetrickst Und dann der Schuss von Marini Einer der Weltmeister im Team von Inter Mailand Jetzt der Älteste, nachdem Causio raus ist Und er bezwingt mit diesem überraschenden Schuss Toni Schumacher Aber das Gerangele geht weiter, meine Damen und Herren Da liegt Alessandro Alto Belli auf dem Rasen Verschnaufpause Oder Verletzung Schiedsrichter Pornay aus Brüssel schaut auf die Uhr Und sie alle werden sich das jetzt schon gesagt haben Jetzt muss der 1. FC Köln drei Tore schießen Um mit 3 zu 1 in die nächste Runde einzuziehen Denn würde Köln nur 2 zu 1 gewinnen Dann trete die sogenannte Auswärtstorregel in Kraft Und dann würde eben dieses Tor Von Marini in der 17. Minute Ganz ganz wichtig sein Was war das? Beim 1. FC Köln gibt es den ersten Wechsel Uwe Haas kommt Und Karl-Heinz Geils geht Der in den ersten 18 Minuten alles andere als gut aussah Und dann ist er Und dann ist er Da haben wir Haas. Der hätte gepasst, dieser 25 Meter Schuss von Uwe Haas. Hier sehen wir die Szene nochmal. An Rummenigge vorbei. Aber Zenga steht im kurzen Eck. Erster Eckball für den 1. FC Köln. Pierre Lebowski wird ihn treten. Abgepfiffen. Bini. Also Belli ist der Kapitän. Also Belli ist der Kapitän. Bini. Und wieder Uwe Haas. Steiner. Prestin. Powerplay der Kölner. Aber die Räume sind eng. Und jetzt die Konterchance. Alto Belli. Ja, das ist gefährlich. Drei gegen zwei jetzt. Alto Belli rechts. Rummenigge. Und Prestin rettet vor Rummenigge. Das wäre der Kölner K.O. gewesen. Eckball für Inter. Liam Brady wird treten. Der 48-malige irische Nationalspieler. Oh, 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 oh. Ganz schön mutig. Steiner. Haas. Scheint sich zu lohnen, dass Hennes Löhr den kleinen Uwe Haas gebracht hat. Ja, Schiedsrichter Poney lässt sich auf nichts ein. Er hat also einen Mittelfeldspieler, der auch stürmen kann, für den unsicheren Verteidiger Karl-Heinz Geils gebracht. Der ja seit Wochen seiner Form hinterherläuft. Einzige Entschuldigung, die ich aber fairerweise anfügen möchte. In Bielefeld, wo er ja sehr oft gute Kritiken erhielt, spielte er rechts. In Köln musste er links verteidigen. Und damit kam er fast nie zurecht. Das ist Hans-Peter Lehndorf. Wieder Haas. Hartwig. Ein bisschen langsam, was Bein da macht. Und sofort geht Marini dazwischen, der Schütze des 1 zu 0 für Inter Mailand. Wir bleiben dabei, meine Damen und Herren, auch wenn Sie eben vielleicht an der Anzeigetafel, ah, ich sehe, da haben Sie es auch korrigiert jetzt, Baresi gelesen haben. Marini, der Mann mit der Nummer 8, der 34. hat das 1 zu 0 für Inter Mailand erzielt. Und jetzt Pierre Leparski oder Klaus Alofs. Alofs Schuss und Zengar. Da gibt es eine gelbe Karte. Für Jimmy Hartwig oder besser gesagt gegen ihn. Er hatte bisher in diesem Wettbewerb noch keine. Uwe Bein. Und Paul Steiner. Uwe Haas. Alle Feldspieler in der Hälfte, der Italiener. Freistoß. Abgepfiffen. Er hat einen Bruder mit einem Andermann getroffen. Bei Soli. Wir haben uns nicht. Alops. er hat den voll getroffen aber die richtung stimmte nicht ganz da hätte der gute zenga sicherlich nie was halten können schauen sich das noch mal an voll durchgezogen ja der zenga wäre vielleicht mit dem ball ins tor geflogen wer weiß das schon oh paul steiner bleibt liegen nach diesem zusammenprall beim kopfballduell mit rummenigge der sich um ihn kümmert oh das sieht nicht gut aus das sieht überhaupt nicht gut aus ich wollte gerade sagen in der mannschaft des ersten fc köln bräuchte es mehr solcher kerle wie paul steiner der eine ganze menge weg stecken kann hoffentlich hat er sich nicht das nasenbein gebrochen ganz zweifellos hat er schmerzen na gott sei dank es scheint wieder zu gehen eher das jochbein als das nasenbein so es gibt schiedsrichter ball im mittelkreis da muss er gleich wieder hin paul steiner die italiener bleiben bei ihren kontern mit altobelli und rubenigge sehr gefährlich hartwig das wird wahrscheinlich jetzt eine abwehrschlacht aber die kölner brauchen ein tor sie brauchen ja deren drei hinterführt nach einer knappen halben stunde mit eins zu null durch das tor von marini in der achtzehnten minute jetzt der zweite eckstoß das wird wahrscheinlich hier das 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 Ja, zum ersten Mal jetzt ein krasser Fehlpass von Paul Steiner. Vielleicht ist er auch noch nicht wieder ganz voll da, nach seiner Verletzung eben. Klaus Allaus. Schade. Der Kopfball von Bayern, der wirklich heute viel aktiver ist, als in den letzten Meisterschaftsspielen. Insgesamt, meine Damen und Herren, wartet ja der 1. FC Köln nunmehr schon. Hier sehen wir die Szene nochmal. Es war vielleicht ein bisschen weiter weg, als die Torkamera es jetzt einfing. Alex Poney ermahnt Walter Zenga. Mir gefällt der belgische und parteiische, ganz ausgezeichnet. Er hat dieses sehr schwer zu leitende Spiel sicher im Griff. Hier wird mit Haken und Ösen und oftmals auch die Regeln des Erlaubten überschreitend gekämpft. Aber Pierle Barski sieht es noch locker. Ja, das war sicherlich kein Handspiel, das zum Elfmeter führen kann. Jungsowski beiden sind im Rockland. Die Kölner brauchen jetzt natürlich auch ein Publikum, das weiter hinter ihnen steht. Sie zeigen bisher enormen Einsatz, um diese Riesenpechsträhne auch mal zu überwinden. Mittlerweile ja seit über 440 Minuten in Meisterschaftsspielen ohne Tor. Wobei wir also jetzt auch die beiden UEFA-Pokalspiele mit einbezogen haben. Sie kennen ja die miserable Serie in der Meisterschaft, der ja, und auch das ist typisch Kölsch, voraufging ein 12 zu 0 Punkte Konto, das die Kölner bis auf den zweiten Platz in der Bundesliga empor katapultierte. Und dann kam diese schwarze Serie im März. Und nun laufen sie dem Tor der Mailänder aus der 18. Minute hinterher. . . . Applaus Da gibt es bereits die ersten Sprechchöre, die nach Strack rufen, Gerd Strack, der frühere Libero, mit dem Löhr ein Spezialtraining machte, Kopfball in Mittelstürmerposition und möglicherweise kommt er auch, aber jetzt kommt Rummenigge, Freistoß für Inter, Foul von Christi. Und das ist wieder eine ganz gefährliche Freistoßsituation. Die Entfernung war es eben auch, als Brady mit einem kurzen Querpass die gesamte Kölner Mauer aus den Angeln hob. Und dann Marini, dass 1 zu 0 gelang. Wieder steht Brady am Ball. Da haben wir Gerd Strack. Den Mann, der viel privates Pech, vielleicht auch Unvermögen in den letzten Monaten begleitete, dessen Form darunter sehr, sehr litt. Jimmy Hartwig. Stefan Engels. Prestin. Steiner. Wieder alle Kölner tief in der Hälfte von Inter Mailand. Lenov. Das ist natürlich jetzt ganz schwer, gegen diese erfahrene Hintermannschaft, die immer noch wohl die beste in Italien ist, jetzt durchzukommen. Alobs. Abstoß. Hannes Löhr. Er weiß, wie schwer das wird. Gegen den Weltmeister Kolovati, gegen den Weltmeister Bergumi und gegen die Routiniers Umbini und Zenga. Schön gemacht von Kalle Rummenigge. Muss auch nicht sein, was Rummenigge da macht. Das lässt Alex Poney sicherlich nachspielen. Abstoß vom Kölner Tor. Noch sieben Minuten bis zur Pause. 1 zu 0 Führung für Inter Mailand. Seit der 18. Minute durch den unbehinderten Schuss von Marini. Uwe Haas. Uwe Haas. Nochmal Lidbarski. Hartwig, rein mit dem Ball. Die Kölner brauchen eigentlich dringend vor der Pause das Ausgleichstor. Dann müssten sie immer noch zwei machen im zweiten Durchgang. Gegen diese sicherstehende Interabwehr. Die ziehen sich ganz weit zurück. Die Kölner hat sich ganz weit zurück. Presti. Uwe Haas. Gesperrt von Baresi. Indirekter Freistoß. Ja, bei solchen Situationen könnten sie einen Gerhard Strack als Kopfballspezialisten gebrauchen. Ja, das macht der Kolovati nicht zum ersten Mal. So ein Scherenschlag am Mann. Alops. Kommt nicht zum Schuss. 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 sein, wie schwer das ist, dagegen die Interabwehr durchzukommen. Jetzt vielleicht. Mit Barski. Schade. Dritter Eckball für den 1. FC Köln. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, Kolovati war sofort da und auch Brady ist mit zurückgekommen. Eckball Allofs. Der Zengar ist sicher. Lenov. Und Engels hat den Ausgleich auf dem Fuß. Hier das Solo von Lenov nochmal. War nicht einfach zu drücken. Das muss man fairerweise hinzufügen. Das sollten auch die, die da sofort pfeifen, mal bedenken. Freistoß gegen Hönerbach, der gedrückt hat. Hartwig, Steiner. Hartwig, Steiner. Das gibt's gelb für Marini, den Torschützen. Er lässt das Bein erkennbar stehen. Und es gibt in der letzten Minute vor der Pause nochmal Freistoß für den 1. FC Köln. Torentfernung. 27 Meter etwa. Mit Barski. Ja, meine Damen und Herren, die letzte Minute vor der Pause läuft. Das fing so gut an für den 1. FC Köln. Der Druck machte von Anfang an. Als Kolovati schon in der 5. Minute auf der Linie retten musste. Später hatte Uwe Bein mit seinem Kopfball eine Riesenmöglichkeit. In der 9. Minute der Platzverweis für Ferry seither. Inter Mailand nur noch mit 10 Spielern. Aber in der 18. Minute dann die Führung für den international renommierten und routinierten Klub, der jetzt kontern kann. Alto Belli. Lenov. Nicht zu halten von Marini. Und der hat gerade Geld gesehen. Noch ein Freistoß für Köln vor der Pause. Foul von Rummenigge. Hier im Rheinland sagt man, der hat die Pannen drauf gehalten. Sie haben es gesehen. Vielleicht sehen wir die Szene hier nochmal. Naja. Freistoß. Das Spiel läuft bereits in der 47. Minute. Das muss doch so eine Entfernung für Pierre Litbarski sein. Hier sehen Sie nochmal die Wiederholung. Die Lücke für Alofs war sogar fast da. Aber eben nur fast. Und das ist der Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alex Pornay, der dieses schwierige Spiel bisher sehr gut geleitet hat. An ihm liegt es wirklich nicht, dass der 1. FC Köln zur Pause mit 0 zu 1 zurückliegt durch das Tor von Marini in der 18. Minute, als sich die Kölner Abwehrmauer bei einer Freistoßfinte von Brady verladen ließ. Die Mailänder nur mit 10 Spielern, aber sicher und konsequent manchmal auch zu hart in der Abwehr. Der 1. FC Köln weiß, dass er, wenn er wieder aus den Kabinen kommt, drei Tore schießen muss, um noch das Halbfinale zu erreichen. Schafft er das gegen diese Mannschaft? Meine Damen und Herren, wir wollen nicht unken. Wir blenden uns jetzt hier erst einmal aus. Sie sehen gleich nach einem kleinen Spot auch noch einmal eine Torzusammenfassung des Spiels von heute Nachmittag zwischen AS Rom und dem FC Bayern München. Wir geben jetzt zunächst zurück ins Funkhaus. Vielen Dank. Wir wenden und das Halbfinale im UEFA-Pokal erreichen. Der 1. FC Köln muss drei Tore schießen und vielleicht gelingt ihm hier ein früher Treffer jetzt, Pierre Litbarski, der im ersten Durchgang stark begann, aber dann auch nicht so eingesetzt wurde, wie er sich das vorstellte. Nun kommt bei Köln Gerd Strack. Ich erzählte Ihnen eben schon, dass gestern und vorgestern Hannes Löhr mit ihm ein Spezialkopfballtraining exerzierte. Er wird sich jetzt sicherlich ins Sturmzentrum begeben, der frühere gelernte Libero des 1. FC Köln. Die Mailänder hatten Anstoß, die zweiten 45 Minuten laufen. Wohlgemerkt also zehn Mailänder gegen elf Kölner, aber die Mailänder hatten das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen durch das Tor von Causio, der schon früh ausgewechselt wurde. Und sie führen hier vor 59.000, davon sicherlich 10.000 Landsleuten, ebenfalls 1 zu 0 durch den Treffer von Marien. Hönerbach. Steiner. Freistoß für Köln. Für den langen Gerd Strack ist Uwe Haas, der ja eben erst eingewechselt wurde, wieder hinausgegangen. Wahrscheinlich vernünftig, denn der junge Mann hatte es gegen die Abwehrroutiniers der Mailänder doch relativ schwer. Lidbarski. Hönerbach. Und da geht es zum ersten Mal in Richtung Strack. Ausnetz. Ja, das wäre natürlich das Größte, wenn der Gerd Strack, der hier bittere Monate in Köln verbringen musste, jetzt das Ruder rumreißt. Sie erinnern sich an das Meisterschaftsspiel gegen Bayern München. Da hat er ja auch zwei Chancen, als er eingewechselt wurde. Eckball für den 1. FC Köln. Pierre Lidbarski. Lenov. Hönerbach. Also man muss ja sagen, sie versuchen es. Da ist wieder Kampfgeist drin in der Kölner Mannschaft, die zuletzt in der Meisterschaft so schwer enttäuschte. Und selbst beim Tabellenletzten Dortmund glatt verlor. feier von sich. enfantệpp. Schlägger von sich. Ich verste Medio. Orgesstraße. доступ staple. Ausatanie. Ausat. 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 Das ist natürlich Fußball mit der Brechstange, den die Kölner jetzt zu spielen versuchen. Wer weiß ein besseres Rezept. Wer weiß ein besseres Rezept. Hönerbach. Walter Zenger. Klar, das sind die Mätzchen, die man kennt, die sich aber Schiedsrichter Pornet nicht gefallen lässt. Donnerwetter. Ja, gelb für Bini, der damit, wenn Mailand weiterkommt, beim nächsten Spiel gesperrt sein durfte, denn er hat bereits eine gelbe Karte in einer früheren Begegnung kassiert. Ja, gelb für Bini. Ja, gelb für Bini. Vielen Dank. Alto Belli, Rummenigge, sauber von Pristine, Brady, gefährlich. Vipassky. Schade. Hier sehen Sie es nochmal. Vipassky. 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 War kein Abseits. Ein Wurf für Blau. Foul von Lidbarski in Rummenigge. Alles nicht so schlimm. Foul von Lidbarski in Rummenigge. Bredi tritt diesen Freistoß mit dem Steiner nicht einverstanden wahr. Und wieder Marini und Rummenigge. Bieder ist Marini völlig frei. Gute Parade von Schumacher, der Kopf und Kragen riskieren muss. Rummenigge. Und wieder eine super Parade von Schumacher. Bradys Flanke, Rummenigge-Kopfball. Und die Riesenmöglichkeit für Mandolini. Die Kölner gehen jetzt auch ganz schön zur Sache. Das muss ich hier auch mal deutlich sagen. Klares Foul von Prestin an Rummenigge. Und was Hönerbach da machte, war auch nicht Australien. Von der Breu. Und was Hönerbach da machte, war auch nicht Australien. Und was Hönerbach da machte, war nicht klassisch. Woher er sich insก um die Riesenmöglichkeit. Die Kölner kommen immer wieder in die Tür zu sagen. Und was Hönerbach da machte, war nicht so schlimm. Und was Hönerbach da machte. 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 Tja, das Maskottchen des 1. FC Köln, Geisbock Hennes, der so und so fielte, der findet das Ganze auch nicht so komisch. Lidbarski. Foul von Brady. Wieder Alofs und Lidbarski. Weil sie mit ihrem Freistoß finden, kommen die Kölner nicht klar. Rummenigge. Altobelli. Gutes Konterspiel von Inter. Baresi. Mandolini. Strack. Spiel läuft weiter. Ich glaube auch, dass Strack hier eher über seine eigenen Beine gestolpert ist. Stack. Untertitelung. BR 2018 Da marschiert jetzt Pergomi nach vorne. Ja, jetzt lässt Herr Poney sich pristine kommen. Letzte Ermahnung, sonst gibt's Geld. Lehnhoff. Eine Stunde, meine Damen und Herren, ist vorbei. Seit der 18. Minute führt Inter Mailand durch das Tor von Marini mit 1 zu 0. Ja, meine Damen und Herren. Vorteil richtig gesehen von Poney. Lehnhoff. Der fünfte Eckball für Köln. Hans-Peter Lehnhoff. Vor einem halben Jahr hat er noch in der Amateur-Oberliga gespielt. Klaus Arnofs. Klaus Arnofs. Uwe Bein. Stefan Engels. Matthias Hönerbach. Matthias Hönerbach. Klaus Arnofs. Klaus Arnofs. Hartwig! Kein Durchkommen. Tor! Uwe Bein. Endlich mal einer, der sich an Herz fasst. In der 65. Minute. Das 1 zu 1 im Kölner Stadion. Jetzt bleibt den Kölnern noch 25 Minuten Zeit. Um das Spiel rumzureißen gegen 10 Mailänder. Sie brauchen aber noch 2 Tore und dürfen sich keinen Konter fangen. Und sofort sind alle Zweifler wieder zu Optimisten geworden. Hier sehen Sie die Szene nochmal. Sicherer Walter Zenger. Wieder Uwe Bein. Die Szene. Die Szene. Die Szene. Die Szene. Bein. Und noch 1! Mensch, war das Pech. Wieder der ehemalige Offenbacher. Plötzlich explodiert er wieder. Zeigt die Gefährlichkeit, die ja für die Kölner Anlass war, ihn überhaupt zu kaufen. Hier sehen Sie es nochmal. Der hätte genau gepasst. Hand aufs Herz, liebe Zuschauer. Hätten Sie nicht selber die Kölner schon aufgegeben und dann sehen Sie mal, wie schnell so ein Spiel kippen kann. Spiel ist unterbrochen, weil Schiedsrichter Pornay einen Feuerwerkskörper gesehen hat, der neben Walter Zenga einschlug. Ja, hoffentlich bleiben die Zuschauer vernünftig. Eine prächtige Stimmung im Kölner Stadion nach dem Ausgleichstor von Uwe Bein. Klaus Allox. Richtig. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Zenga hat da wohl von Strack was abbekommen. Freistoß für Inter. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, möglicherweise mit dem L-Bogen von der Kamera nicht genau eingefangen. Ja. 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 War längst vorher gepfiffen. Marini, der Schütze des 1 zu 0. FC Kämpfen fordern die Zuschauer. Mandolini. Rummenigge, Tor, aus, aus und vorbei. Karl-Heinz Rummenigge bezwingt damit die Kölner endgültig, die vielleicht noch hoffen durften, gegen 10 Mailänder das Ruder rumzureißen. In der 75. Minute gelingt ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge mit diesem beherzten Direktschuss unhaltbar für Toni Schumacher das 2 zu 1. Und jetzt ist natürlich alle weitere Erörterung Theorie. Denn, meine Damen und Herren, dass der 1. FC Köln gegen diese resolut hart und überhart einsteigenden, klug postierten Mailänder noch drei Tore schießt, Das ist ja wohl selbst für Superoptimisten nicht mehr darstellbar. Schiedsrichterball. Und damit kann ich Ihnen nicht sagen, um ehrlich zu sein, warum mir Alex Poney Schiedsrichterball gab. Ich habe in diesem Moment auf die Zuschauerränge geguckt, aber es war ja wohl auch nicht so gravierend. gut, was abernt Luke Graf. Ich habe dich vielleicht nicht so Absurdert. Ja, jetzt muss ichици chirσω. spooky revisierend. Gut. 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 Sechster Eckball. Und der siebte gleich hinterher von der anderen Seite, Klaus Alofs. Aufgestützt von Rummenigge. Es gibt nur einen Wurf. Ja, der Strack setzt sich sehr, sehr hart ein und sieht gelb. Vier gelbe und eine rote Karte in diesem Spiel. Und man muss wohl sagen, das alles war angemessen, was Schiedsrichter Pornay hier gemacht hat. Wer weiß, wenn er nicht so energisch durchgegriffen hätte, ob dieses Spiel regulär und fair zu Ende gegangen wäre. Lein-off nochmal. Alto Belli. Mandolini. 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 In die Zahne. Jetzt taUR table damit beackert. Und ein kleiner Nutzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Man hört die Pfiffe manchmal nicht, aber man kann sie ja ahnen, richtig gesehen von Schiedsrichter Poney, da wurde Alto Belli gesperrt, indirekter Freistoß für Inter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der dritte Eckball für Inter gegenüber sieben Kölner Eckstößen. Baresi, gut gemacht und Tor! Wieder Rummenigge! Eine herrliche Aktion von Inter Mailand und Kalle Rummenigge wird jetzt bejubelt. Hier sehen wir nochmal die Situation, kurzer Eckball von Brady und schauen Sie mal an, dann dieser raffinierte Schlenzer und Rummenigges Kopfball bringt Inter das 3 zu 1. In der 84. Minute Und damit ist nun wirklich alles, alles klar im Kölner Stadion. Die Fans haben es längst gemerkt und beginnen mit dem Abmarsch. Sie haben ein packendes Kampfspiel erlebt, das plötzlich nochmal zu kippen schien, als Bayern in der 65. Ausgleich gelang. In der 66. traf Bayern den Pfosten. Da hätte alles auch nochmal zugunsten der Kölner laufen können, die am Anfang dieses Spiels zwei gute Chancen hatten, wie auch schon im Hinspiel. Aber seien wir ehrlich, die Mailänder Konter hätten auch sitzen können. Auch das gehört zu den Erscheinungsbildern solcher Spiele hinter dem Tor von Zengar. Jetzt aber Eckball vor dem Tor von Schumacher. Untertitelung des ZDF, der von Schumacher. Vielen Dank. 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 ... 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